Dieses Video wird wieder einmal von meinem Partner OneFootball unterstützt. In deren neuen App findet ihr wirklich alles rund um das Thema Fußball, Statistiken, Ergebnisse und News. Es gibt sogar einen eigenen Bereich zu Euro 2020 bzw. 2021. Sieht so aus, in dem ihr immer mit absolut allem auf den neuesten Stand seid. Wirklich cool aus, ist super gemacht. Checkt es aus, in der Beschreibung ist ein Link. Viel Spaß. Doch schade, dass sie so alt sind. Wie bitte Patrick? Alte Menschen sind das Größte überhaupt. Sie sind voller Weisheit und Erfahrung. Die Welt braucht mehr Jungfraumann und Laubarsch-Bube. Irgendwo braucht irgendwer immer Hilfe. Oder wir gehen zu mir und machen alle Lichter aus. Perfekt. Zuhört niemand mit, wenn ich dich erwürge. Ich meine Beschütze. Perfekt. Ja, ganz großartig. Tag auch, Ratsch. Wow, kleiner Mann, du kannst da nicht rein. Ja, und das macht mich ziemlich stinkig. Ach ja? Ja, ich glaube, ich muss dringend jemanden verprügeln, um diese blinde Wut loszuwerden. Oh, wow. Ich sag dir, der Nächste, der mich komisch anguckt, tut mir jetzt schon leid. Als ob die Lösung für all eure Probleme einfach so aus dem Himmel fällt. Ha, ha, ha. Alter Schwede, wir fallen gleich einfach so aus dem Himmel. Wir müssen die Ladung abwerfen. Patrick, bist du das? Was? Ich sagte, bist du das? Ich kann dich nicht hören, es ist so dunkel hier drin. Ich muss einfach die... Schädrich da fit, der für mich pfeift. Ihm soll Ruhm zuteil werden. Ruhm. Reichtum. Reichtum. Alles, was ein Herz begeht. Wirklich alles. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr die Halbfinals fand. Und vor allem, was denkt ihr, wer wird das Finale gewinnen? Italien oder England? Bis zum nächsten Mal.